Gerade war es ein bisschen länger. Wir versuchen gerade nach Zuschauern einen Trapper-Win hinzukriegen, aber das ist irgendwie... AAAAAAAH! Ich werde von überall beschossen mit Pfeilen. Können wir da noch ein paar Pfeile so machen? Okay. Wuh! Yei, yei, yei. Äh. Hey, Snowman! Morgen vielleicht. Ich bin heute... Es bin schon 7 Stunden. Ich habe heute schon überzogen. Also ich wollte ein bisschen länger machen. Ähm. Das ist gerade mein letztes Game. Schon am König. Sorry. Aber ich bin jeden Tag da. Guaranteed. Ähm. Shit, ich brauche ein Stöckchen. Ah ja, wir haben hier auf dem Channel... Äh, ich darf keine Bäumchen hauen. Dass du dich wunderst. Ah, shit. Ah, ich habe jetzt einen Bogen. Sorry. Der hat mich seit 10 Minuten lang mit dem fucking Bogen knarft. Jetzt, dass er nochmal ihn zurückkriegt. Ah, tat es gut. Ah, tat es gut. Wo habe ich denn meine Claymower? Da habe ich die hängen. Ich muss auf die andere Seite. Ah! Shit. Shit. Hilfe! Kann doch bitte jemand in die Claymower rennen. Was ist das für ein gartes Match gerade? Das geht ja nur noch ab. Überall. Alle nur noch am... Alle am kotzen und tun. Ich habe nichts zum Heilen. Fast nichts mehr. Das ist jetzt echt... Gott, ich hoffe, dass einer über die Claymower läuft. Aber auf der Seite war niemand. Verdammt. Da wird keiner mehr drüberlaufen über die Claymower. Ich glaube es nicht. Ah! 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 Hat der noch einen Heal? Woaah! Woaah! Letzte Spiel! Trapper Win! Ich bin... Es... Leon... Ah...